ja hallo zusammen ich wurde oft gefragt nach den leds kann man die denn zusammen löten und was kann man damit machen und so weiter und so fort nach vielen hin und her und auch hast du nicht mit bedienungsanleitung ist natürlich ziemlich schwierig habe ich mir gedacht machen wir mal ein kleines filmchen darüber und ich zeige euch mal wie das funktioniert jetzt am beispiel von einem standard becken 54 liter 60 zentimeter hier ist jetzt der 18 watt leuchtstoffröhre drin die flackert schon ein bisschen also man sieht dass sie getauscht werden muss und die rüsten wir jetzt mal um auf led machen ein paar weiße rein und ein paar bunte dabei und dann kann man hinter schön unterschied sehen und wie gesagt jetzt 18 watt und hinterher schauen wir mal so da ist jetzt die abdeckung nehmen wir jetzt hier die leuchtstoffröhre raus brauchen wir alles nicht mehr müll der rest kann so drin bleiben wie es hier ist er macht so ein bisschen sauber und dann können wir hier auch gleich die leds aufkleben so jetzt nehme ich erst mal ein paar leds und schauen wie viele da reinkommen normal braucht man von den leds von den modulen fünf stück auf einen meter also haben wir hier drei stück das passt sehr gut dann mache ich dann zwei reihen da rein das schön hell haben und vorne mache ich ein paar bunte rein zwei sechs die werden einfach abgeschnitten abisoliert zange man kann es natürlich auch mit messer machen da ich ein bisschen mehr macht habe ich mir mal so eine abisoliert zange gegönnt das ende das schneide ich ab relativ kurz und da kommt ein schrumpfschrauch drauf die enden einfach auseinander nehmen den schrumpfschrauch draufstecken und dann mit der heißluftpistole oder feuerzeug geht auch hiermit ist es eleganter damit ist das ende abgedichtet und es kann keine feuchtigkeit mehr jetzt haben wir hier die sechs habe ich gesagt dass ich hier jetzt noch ein paar bunter hin mache möchte also ich dachte an zwei blaue und zwei rote die direkt parallel nebeneinander eingebracht werden blau rot um eine vernünftige farbe zu erzielen dass man nicht blaue und rote abschnitte haben werde ich die hier direkt parallel aufkleben soll man schönes mischlicht wo die farben optimal durchkommen und gerade hier etwas nach vorne gesetzt damit wir alles schön hell haben aber wenn man von vorne schaut auch den wunderbaren effekt haben den wir damit erzielen wollen mit den bunten dass die fische richtig gut aussehen oder gar nicht je nachdem was man da drin hat damit verbinde ich einfach die elektrische also ich würde eigentlich immer gerne alles man kann aber auch diese steckverbinder nehmen die steckverbinder haben innen drin schon lötsinn und außen einen kranz mit kleber wenn man den erhitzt das verlöte man alles sofort und es ist abgedichtet sind auch bei mir im shop zu finden aber ich bin halt der lötheini die led kabel sind markiert einmal mit einem roten strich und einmal mit einem unmarkieren nur weiß das ist die plus seite und verbinden einfach plus mit plus wenn ich mich damit vertun sollte irgendwann mal oder ihr euch damit vertun solltet das macht nichts dann leuchten die nur nicht aber sie gehen nicht kaputt so fangen wir mal mit dem löten an ich benutze immer mal lötsinn und löte fett dazu ich habe mir eine hightech lötkolbenanlage gebaut erst verzinnen dann kommen die schrumpfschläuche dabei eine seite zweite seite dann hier auf die polarität achten plus mit klüster binden ein bisschen lötsinn drauf und demnächst fertig verbunden schrumpfschläuche drüber wie man hier sieht markiert aus markiert so schrumpfschläuche schön drüber ich habe jetzt die abdeckung nochmal sauber gemacht mit ein bisschen glasreiniger damit es ein bisschen fett frei ist hier haben wir alles fertig gelötet hier am ende habe ich die kupplung angelötet und jetzt kleben wir das ganze mal ein die led module sind alle mit doppelseitem klebeband ausgestattet von 3m und wir halten wie die sau einmal zweimal wie schon gesagt habe die bunten die sollten direkt nebeneinander damit wir dann einen schönen optischen effekt haben und nicht einmal was rotes und einmal was blaues haben verteilen wir hier schön greißen jetzt haben wir hier ein kleines problem und denke ich aber das macht alles nichts dann verteilen wir die ein bisschen hier drauf und die leds sind alle wasserdicht die sind ausgestattet IP68 ausgestattet die können also in der abdeckung ohne probleme eingesetzt werden gibt es keine schwierigkeiten mit so und wie man die jetzt reinsetzt und wie viel man jetzt davon wirklich in diese abdeckung rein macht ist eigentlich völlig egal man könnte auch hingehen und die um die menge zu erhöhen auch so nebeneinander einkleben und damit die menge wirklich erhöhen so dass man richtig viel licht da rein kriegt je nachdem was man damit erreichen möchte und damit ist es schon fertig dann brauchen wir noch ein Steckernetzteil hier ist für die menge absolut ausreichend das 14 Watt Steckernetzteil wir können einmal den kleinen Test machen eben Strom drauf und einmal reinsetzen wow das ist ja wohl keine Arbeit und jetzt setzen wir es aufs Aquarium und dann seht ihr den Unterschied so hier ist es drauf sieht geil aus oder das ist ein richtig schönes Licht absolut vergleichbar mit der Röhre die vorher drin war nur noch heller und mit einem sehr schönen Effekt dabei und wir haben einen Stromverbrauch hier mal kurz ausrechnen wir haben drei, sechs, zehn Module da reingebaut das heißt wir haben hier gerade mal einen Stromverbrauch von 7,2 Watt im Vergleich zu 18 Watt vorher also haben wir hier auch im Stromverbrauch auf die Dauer gesehen richtig was gewonnen und alles funktioniert wie vorher auch Voila wie lange ist die Lebensdauer von diesen Modulen wenn ich das jetzt mit den Röhren von vorher vergleiche also die Lebensdauer von den Modulen wird angegeben mit 50.000 Stunden ist kaum auszurechnen wenn wir unser Licht die acht Stunden anhaben am Tag so kommen wir meine ich jemals auf 20 Jahre wenn ich also müssen wir uns eigentlich keine Gedanken über machen über die Lebensdauer und grundsätzlich immer eine gleichbleibende Lichtqualität nicht so wie bei den Luftstoffröhren die man jedes Jahr tauschen sollte weil die von der ersten Minute an ihr Spektrum verändern die bleiben also nie gleich verändern sich grundsätzlich und werden dunkel am Lauf der Zeit also ich muss mir die nur einmal anschaffen genau eine Anschaffung fertig Thema durch keine weiteren laufenden Kosten außer den Stromverbrauch und wenn ich jetzt doch noch ein bisschen mehr Licht haben möchte kann ich es auch wieder verändern ich kann Module dazwischen setzen wenn ich ein bisschen eine Lichtfarbe verändern möchte also modular und kann immer verändert werden man kann einzelne Module rausnehmen man kann nachlöten einfach auseinander schneiden ein paar Module noch dabei machen wie ich gerade schon gesagt habe wie viel man da rein macht bleibt jedem selber überlassen hierfür ist es ausreichend mit den sechs weißen für die Ausleuchtung die vier bunten ist nur für die Optik da dass es alles schöner aussieht man kann auch 20 Module da rein machen ein Modul hat 64 Lumen also die haben 80 Lumen pro Watt absolut ausreichend dafür Pflanzen wachsen einwandfrei einen guten Dünger dabei finde man übrigens auch bei mir im Shop ist das alles machbar und hier haben wir jetzt bei den Modulen einen Einkaufswert also ein Modul ein weißes Modul kostet 1,99 die bunten kosten 2,30 Euro das Stück und der Trafo den ich hier benutzt habe der kleine 14 Blatt Steckernetzer kostet 10,99 die Kupplung dabei mit 1,99 fertig also auch noch recht günstig absolut günstig und was sagtest du wie viel Lumen hat jetzt so ein Modul ein Modul ein weißes Modul hat 64 Lumen ok also 1 Watt von den oder die Module haben pro Watt 80 Lumen bei 0,72 sind es 64 Lumen pro Modul eine geile Nummer so was ich euch natürlich auch noch anbieten möchte oder nicht vorenthalten möchte was ich auch ganz neu jetzt mit dabei habe ist eine Vierfachkupplung für die Steckernetzteile also wenn man jetzt drei, vier kleine Cubes nebeneinander hat und man möchte die mit den LEDs aber nur mit einem Vorschang grillen mit einem kleinen Steckernetzteil dann löte man einfach wie gehabt die Kupplung an und hier kann man bis zu vier Stück anschließen und dann mit einem Steckernetzteil arbeiten ohne dass man hier in der Verbindung selber viel löten muss eine ganz feine Sache klasse Kabel hochwertig prima und natürlich auch für die anderen Trafos habe ich auch die Kabel mit Schalter und ohne Schalter im Angebot so dass ihr da alles mitmachen könnt und verarbeiten könnt wie ihr das möchtet wir zeigen euch gleich nochmal ein paar Sachen wie ich das hier zu Hause bei mir gemacht habe in der Küche genauso wie mein Auto mit der Beleuchtung zeigen wir euch noch kommt jetzt so und da ist die Waschküche mit LEDs ganz einfache Sache auch einfach unter der Decke geklebt und fertig und jetzt gehen wir in den nächsten Raum so hier sind wir jetzt in der Küche Küchenarbeitsplatte gut ausgeleuchtet fast schattenfrei hier habe ich einen Aluwinkel runter geschraubt wo ich die LEDs hinter gemacht habe so dass sie auch nicht bleiben von vorne und alles richtig klasse ausgeleuchtet und so ist ohne und hier in blau die Hintergrundbeleuchtung für den Fernseher schön dezent und immer wieder schön so und damit sind wir am Ende des Filmes ich hoffe ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und seid euch jetzt nicht mehr so unsicher mit den LEDs und jetzt laden wir den an ach so ja richtig im Auto habe ich auch die LEDs geil oder ciao 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 bis zum nächsten Mal